wir bei tupperware stehen lange schon für das thema umwelt und deshalb gibt es von uns eine neue serie die heißt eco plus vielleicht haben sie das schon mal gehört und näheres dazu entnehmen sie auch hier ihrem katalog denn da wird alles genau beschrieben unser eco plus material wird hergestellt vom bereits verwendeten kunststoff materialien wird wieder recycelt und für lebensmittel hergerichtet so viel zum groben thema was ist denn eco plus wir bieten da verschiedene produkte mit an und eins unserer produkte es ist natürlich ein thema was immer wieder angesprochen wird kaffee to go behälter ich hoffe sie haben einen kaffee to go behälter der jetzt nicht aus wegwerf material mit ist sondern wir bieten ihnen jetzt im juni unseren eco kaffee behälter für nur zehn euro mit an unser eco kaffee behälter hat hier eine manschette damit sie sich ihre finger nicht verbrennen die kann man ab machen einfach wieder hier drauf setzen und dann hier mit fest drehen hier oben drin haben sie ein kleines silikonteil zum trinken einfach nach oben nehmen zur seite ziehen und jetzt können sie hier draus wunderbar draus trinken das schnudel bleibt hier hinten offen so und zum raussetzen oder zum einfüllen nehmen sie einfach das ganze mit ab geben ihren kaffee oder ihren tee hier mit rein setzen das deckelchen mit drauf und wenn sie es transportieren möchten bitte den schnudel hier vorne drauf machen und dann ist der eco to go becher für sie eine ideale sache um kaffee oder tee von a nach b zu transportieren mit der bahn zu fahren oder vielleicht mit dem auto zu fahren und vor allem sie tun was für die umwelt eco becher für zehn euro ja und wenn wir vielleicht auch mal wieder picknick machen dürfen im kleinen kreis ist es ja überhaupt gar kein problem brauchen wir irgendwas wo man zum beispiel das gang getränke mitnehmen können und natürlich schöne teller teller der wegwerf gesellschaft hoffentlich haben sie die nicht dabei denn es gibt von uns unser eco to go set für 40 euro das beinhaltet unsere picknick teller auf denen ich natürlich sehr sehr schön drauf schneiden kann ich sieht appetitlich mit aus und es ist hier ein sehr schönes sache um das auch hier platz sparen zum beispiel übereinander zu stapeln jetzt haben wir uns um das essen gekümmert und jetzt muss es natürlich auch noch was an getränken mit sein und dazu bieten wir passend dazu die vier flaschen aus unserem eco material auch hier die möglichkeit zum beispiel getränke ohne kohlensäure zu transportieren und dann haben sie auch hier was für die umwelt mitgetan und wenn sie das alles dann leer getrunken und leer gegessen haben darf es selbstverständlich auch hier in die spülmaschine mit rein somit haben sie was für die umwelt mitgetan und sie können picknick mit guten gewissen unser eco set für 40 und unser becher für 10 viel spaß mit eco plus